So, nochmal eine Aufnahme, liebe Leute. Ich sag's euch, ich bestelle gerne im Internet, habe 20.000 Mark im Monat verdient. Hier gehen wir mal auf Ebay, ich bin jetzt unter Betreuung gestellt, weil sie mich für verrückt sagen. Und wir machen jetzt mal einen Test. Ich schalte um auf den Monitor.